Insider, Redaktion und unsere Experten ortig an der Säbener Straße. Lasst den Stern des Südens mal zeigen, wo er nächste Saison hinfliegt. Ich bin Kessem, euer Liga-Insider und an der Säbener Straße ist schon alles fokussiert. Let's da go! An der Säbener, alles fokussiert. Rot und weiß, in jedem Herz markiert. Trainer, Spieler, ein Ziel formiert. Wenn wir kommen, lasst sie alle schauen. FCB, wir lassen Herzen staunen. Kessem am Mic, klick mal auf Like. Bist du der Babo, klick mal auf Abo. Und auch der FC Bayern traut sich in unsere Analyse. Wahrscheinlich viele Bayern-Fans, die hier gerade zuschalten. Viele Manager, die ihr Team mit Bayern-Stars veredelt haben. Schreibt mir mal in die Kommentare, warum der FC Bayern den Titel zurück an den Marienplatz holt. Und ich sehe den Meisterschaftskampf nämlich total offen und bin gespannt auf eure Meinung. Und damit gehen wir mal rein in den Rückblick. Und damit sind wir im Rückblick. Und wir starten mal mit der Schmach-Saison. Vielleicht passt auch Schnarch-Saison. Denn viele Punkte der Bayern letzte Saison wurden verschlafen. Gerade in den direkten Duellen mit den Kontrahenten von oben. Da war schon symbolisch das 3-0 in Leverkusen quasi die Meisterübergabe im Februar. Und das letzte Spiel in Sinsheim, wo man dann sogar noch Platz 2 verspielte. Kein Titel, obwohl man statistisch unter Tuchel gar nicht mal so schlecht war. Und das schauen wir uns mal an in den Stats. Offensivspiel lief rund in München. Das Jappadabadu durfte der Stadion-DJ 53 mal rausholen. Insgesamt kam man auf 94 Tore, ein unfassbarer Wert. 7 sogar über dem XG-Wert. Aber man muss sagen, das ist eigentlich an der Tagesordnung in München. Die 90er-Tormarke ist nämlich in München schon länger gebucht. Sogar 19, Saison 19, 20 mit Flick hatten sie sogar mal die 100 geknackt. Da kam man auf 100 Tore in der Triple-Saison. Und da wollen die Bayern ja auch wieder hin. Deswegen ganz spannend. Auf jeden Fall, die Maschinerie läuft. Beim Tore erzielen halfen zwei Dinge. Einmal die Torentfernung. Da hatte nämlich Bayern die geringste bei allen Abschlüssen. 15,7. Durchschnittlich sind die anderen Teams so 1,5 Meter dahinter. Und ich habe auch noch notiert die Abschlüsse nach Standards. Hier ist Bayern nämlich auch die 1. Und das war auch immer ein beliebtes Mittel. Also die beiden Stats pushen sozusagen den Overall-Stat mit den Toren. Dann aber die Schlussfolgerung von uns natürlich. Was helfen dir? Ja, acht Tore gegen Darmstadt zu Hause. Wenn du gegen Leverkusen dann insgesamt, okay, in Leverkusen schießt du keins. Und dann zu Hause schießt du zwei, okay. Aber die Torverteilung, die war nicht ideal. Und dann helfen dir auch so Schützenfeste relativ wenig. Ballbesitzfußball wurde gelebt in München unter Tuchel. Hier ist man auch Platz 1. 1,59%. Das ist richtig stark. Und das merken wir uns nämlich mal. Weil das eventuell auch noch eine Rolle spielt für den neuen Trainer. Dann haben wir den PPDA-Wert. Pass per Defensive Action kennt ihr auch schon aus den anderen Analysen. Hier ist man richtig früh immer draufgegangen auf den Gegner. Immer früh attackiert. Die Bälle erobert. Und hier hat der Gegner, also hier hat man 11,4 Pässe den Gegner spielen lassen. Und dann war man schon da. Das ist Rang 2. Nur Bochum war dann noch besser. Und auch diesen Wert, den merken wir uns auch mal. Denn der ist auch spannend. Denn der neue Trainer hat da auch schon was geplant. So, und dann kommen wir mal zu einer Sache, die nicht gut lief. Und das sind die Gegentore. Da haben wir 45. Zum Vergleich Leverkusen hat 24. Und selbst Dortmund und Leipzig haben 39. Also da ist man auch noch schlechter. Und jetzt gucken wir uns eine Sache ganz bestimmte an hier. Und das sind die Fehler vor den Gegentoren. Da ist man mit 16 das zweitschlechteste Team. Und das kann auf keinen Fall der Anspruch des FC Bayern sein. Dadurch sind natürlich dann auch viele Gegentore passiert. Mal zum Vergleich. Leverkusen hat nur neun. Und da haben wir auf jeden Fall Ungenauigkeiten ausgemacht. Gerade in der Innenverteidigung. Da stimmte die Abstimmung nicht. Da haben wir nachher auch nochmal, habe ich nachher nochmal was Kleines für euch aufbereitet. Und da war in Ulm auch schon wieder zu sehen, dass der ein oder andere Ball von Upamecano und Kim, dass da der ein oder andere Ball auch mal ungenau wieder ins Ausflug. Ja, ob das die Richtigen sind für diese Saison, das bleibt abzuwarten. Die Frage ist auf jeden Fall, können die Spieler die Fehler abstellen und wieder diese gewohnte Bayern-Dominanz auf das Feld wieder transportieren? Dafür gibt es neue Spieler, die die neue Idee des Trainers umsetzen sollen. Und wer diese Spieler sind, das sind ganz heiße Jungs. Die schauen wir uns an. Let's go. Teil 2. Und hier haben die Bayern mal ordentlich in die Geldkiste schon gegriffen, aber auch in die Zauberkiste, denn hier kommen richtige Zauberspieler. Für mich kein Wunder, dass ein Premier League Trainer hier direkt zwei Asse aus der Premier League serviert bekommt. Und wir gehen mal rein mit Königstransfer Michael Hollis. 53 Millionen hat er gekostet. Da gab es direkt mal die Begrüßung von Thomas Müller, ganz klassisch. Congrats. But now the challenge starts. Und der wird die Challenge auf jeden Fall annehmen. Für mich ist er der Wonderboy, der Münchner diese Saison. Er spielt mit dem linken Fuß und kommt grundsätzlich über rechts oder aus dem Zentrum und hat als Vorbild Ribéry genannt. Und er besitzt auf jeden Fall alle Anlagen dafür, um da mal vielleicht in die Fußstapfen sogar zu treten. Lang ist er gebunden auf jeden Fall. Papier bis 2029 hat er unterschrieben. Und ich habe erst mal ganz fett hier draufgeschrieben, kann offensiv alles. Also das ist geisteskrank, wirklich. XG-Wert, super stark. Schüsse total. Assists, expected assists. Alle Aktionen, die zu Schüssen führen. Sei es ein Schuss, ein Pass, erfolgreicher Zweikampf, Foul ziehen. Da hat er überall Top-Werte. Alles ist erstklassig. Dann hat er die Progression über den Läufe und die Pässe. Besonders die Schnittstellenpässe sind richtig brisant bei ihm. Und da schreibt mir hier auch das Leben des Brian mit Herz. Also richtig, richtig gut. Wir haben Pässe, Dribbling und Positionierung in der gefährlichen Zone. Auch da ist er überall ein ganz variabler Mann. Auch hier ist er genau der Mann, den Harry Kane nämlich braucht und sehen will. In der Box nämlich. Und dazu ist er dann auch noch schwer, vom Ball zu tacklen. Also das sind hier richtig, richtig geile Stats. Eher gewinnt er noch den Ball und dann erobert er den oder blockt den Pass. Also auch da hat er auch ein paar Defensiv-Attribute, die er mitbringt. Deswegen unterstützt er auch gerne noch im Spielaufbau. Lässt sich auch mal nach hinten fallen und hat da im Spielaufbau sogar auch noch eine Variable in seinem Rucksack. Zu guter Letzt habe ich hier noch als letzten Punkt die Unberechenbarkeit und gerade so diese Explosivität. Die bringt er nämlich auch mit. Und das ist gerade gegen so tiefstehende Gegner, wo das ein bisschen statischer ist, das Spiel. Da kann er immer das 1-0 kreieren mit einer coolen, gelungenen Aktion. Ist da immer blitzschnell. Und also er bringt alles mit. Und er wäre, glaube ich, auch einer meiner Lieblingsspieler für die nächste Saison. Den würde ich mir auf jeden Fall ins Manager-Team packen. Ist eine ganz, ganz spannende Personalie. Wäre Ollis ein Datenanalyst, dann würde ich ihn hier Hubelicious taufen. Also genau der Spieler, der in das Profil von Company passt. Der hat eine hohe Schnelligkeit, ist ein perfekter Pressing-Spieler, kann die Bälle gut gewinnen und gut verteilen. Also richtig, richtig stark. Und ich bin ganz gespannt, was der uns hier in der Bundesliga nächste Saison zeigt. Er ist endlich da. Joa Palinja, der Wunschspieler von Thomas Tuchel. Ja, definitiv kein Schnapper gewesen hier mit 51 Millionen. Da hatte man 10 Verhandlungspartner mit dem FC Fulham. Aber die Holding Six, oder wie der Kicker schreibt, die Holding Sixteen, ist final da. Und der Transfer, ja, den wollte man letzte Saison schon unter Dach und Fach bringen. Und jetzt hat man es dann final geschafft. Vielleicht ist er das Puzzlestück wieder zurück in Richtung Schale. Ich habe mir seine Werte auf jeden Fall auch mal angeschaut. Ich hatte gedacht, er hat richtig gute Passwerte, hat er aber gar nicht. liegt da so bei 82%. Da hatte er auch im Testspiel gegen Tottenham, war da auch so in dem Genre, da hatte er so 84%. Aber er kommt über seine portugiesische Defensivkunst. Die bringt er an den Tag. Und die haben wir auch schon gesehen, auch im Spiel gegen Tottenham. Er wird das Münchner Defensivspiel auf jeden Fall stabilisieren. Gerade auch im Hinblick auf die Gegentore, Fehler vor Gegentor, die wir gerade im Rückblick auch hatten. Er ist da ein ganz, ganz wichtiger Mann. Er wird mit seiner Abräumart viele Dinger da wegklären und wird Ruhe reinbringen ins defensive Münchner Spiel. Eventuell auch mal absichern, wenn Kimmich mal wieder mit seiner Hacke Sieben-Ulmer stehen lässt, dann wäre er auch noch mal eine gute Absicherung. Und dann haben wir noch Ito, der hat ja eine starke Saison gespielt beim VfB, hat sich jetzt unglücklicherweise den Mittelfuß gebrochen, ist jetzt erst mal raus. Und deswegen ist auch das Thema hier mit Jonathan Thar noch nicht ganz vom Tisch. Ja, das Thar-Ziehen geht weiter. Der erste Karo-Pfeil ist jetzt auch schon geflogen aus Leverkusener Seite und in Richtung Eberl. Und hier hat das schon so ein bisschen eine kernige Note bekommen. Geht schon in Richtung Vormeisterschafts-Duell. Die Leverkusener sind hier aber auf jeden Fall ganz cool, ganz relaxed. Wir haben hier aber verschiedene Ansichten auf jeden Fall. Wir gehen jetzt erst mal davon aus, dass Thar bleibt. Wir haben ihn jetzt auch in der aktuellen VA bei uns drin. Aber es gibt ja doch immer noch ein Indiz, dass der vielleicht doch noch wechseln könnte. Dafür spricht zum Beispiel einmal, dass der beim DFL Supercup erst mal draußen saß. Also man möchte vielleicht auch keine Verletzung hier riskieren. Das ist schon mal irgendwie ein Fakt. Und dass man sich hier aber auch noch mal vielleicht annähert. Also die Leverkusener wollen 25 plus Boni, also nicht Boni-Face, sondern ein Bonus. Und die Münchner wollen 20 plus 5, Boni möchten die geben. Also hier ist man, da hat man noch die Schwelle von 5 Millionen. Hat auch nur noch ein Jahr Vertrag und hat jetzt auch noch mal beim Management noch mal den Wechselwunsch hinterlegt. Letzte Woche, also Thar will wirklich mit nach München. Ja, also hier ist definitiv das letzte Wort nicht mehr gesprochen. Was ich halt irgendwie auch sehe ist, dass man den Deal rauszögert, dass man sagt, irgendwie 30.8. ist Deadline Day und dann sind schon zwei Spieltage gespielt. Dann ist die Länderspielpause, dann fährt er zur Nazio mit und dann würde der frühestens vielleicht zum dritten oder vierten Spieltag reinkommen. Dann ist man vielleicht nicht eingespielt. Das sind alles so taktische Mechanismen und am fünften Spieltag spielt man ja auch schon gegeneinander. Also das sind alles so kleine, tricky Psychospielchen, die man hier vielleicht spielt. Weiß man nicht, aber ich könnte mir das vorstellen, dass man den Deal relativ lang noch herauszieht, herauszögert und dann, dass halt die Eingespieltheit der Bayern darunter leiden könnte. Dann haben wir noch einen Neumann. Einer ist schon da aus Leverkusen und das ist Josip Stanisic. Ja, eine überragende Saison gespielt in Leverkusen. Kommt zurück, war verliehen und er sollte auch Stabilität verleihen auf seiner rechten Verteidigerseite. Also insgesamt finde ich aber trotzdem wirkt hier alles sehr chaotisch und unruhig. Gerade dieses Tatziehen, das haben wir gerade auch genannt und sie hatten viele Spieler, die eigentlich weg wollten und jetzt aber doch noch da sind. Was wir schon mal festhalten können, Delecht und Masraoui sind erstmal zum Menu gewechselt. Die haben wir hier auch in die Grafik gesetzt. Dann waren da aber auch noch Leute wie Goretzka, der war jetzt gar nicht im Kader gegen Ulm. Gnabry stand auch auf der Verkaufsliste, hat es jetzt auch wieder gestartet und auch ein Kingsley Coman, den wollte man am liebsten doch auch gehen sehen und jetzt irgendwie dann doch nicht. Also ein paar Personalien, die hier auf jeden Fall ein bisschen bizarre sind. Malik Tillmann hat man auf jeden Fall noch verkauft nach Eindhoven. Zwölf Millionen da, die Ablöse. Ansonsten hat man hier noch mit ein paar coolen Entwicklungsleihen gearbeitet und dazu mal mehr in unserem Talentschuppen. Und da ist mein erster Spieler erstmal Mathis Tell. Holt mal alle eure Mobiltelefone raus und schreibt mal Tell in euer Smartphone und da werdet ihr sehen, die Autokorrektur hat den schon groß geschrieben. Also sehr gut hier programmiert von unseren Datenanalysten. Der wird nicht umsonst groß geschrieben. Dem gehört wahrscheinlich die Zukunft beim FC Bayern. Das hat auf jeden Fall Eberl auch bestätigt bei Amtsantritt. Da hat er schon gesagt, der wird eine tragende Rolle spielen. Und der Junge macht richtig Spaß. Der wird hoffentlich auch auf mehr Einsatzzeit kommen jetzt unter Company und bin ich ganz gespannt. Ich hoffe, dass man dem mal ein bisschen mehr Arbeitszeit auf dem Feld einräumt. Dann haben wir einen ganz spannenden Mann hier, Adam Asnu. Der ist 18 Linksfuß, kann linker Verteidiger und rechter Verteidiger spielen. Könnte der Nachfolger werden. Von Davis könnte dafür perspektivisch ausgebildet werden. Michael Reschke hat ihn als Riesentalent benannt und ja, der könnte ruhig auf mehr Einsatzzeit kommen. Hat jetzt auch schon mal im Testspiel mal gespielt. Da auch auf der rechten Verteidigerposition finde ich auf jeden Fall ganz spannend. Auf jeden Fall müssen wir ihn auch nennen. Tarek Buchmann. Ja, 19 Jahre, auch ein Innenverteidigertalent. Der plagt sich halt immer mit Muskelverletzungen. Wenn der mal wirklich fit wäre, dann wäre das ein richtig interessanter Mann auch für die IV. Aber das ist leider aktuell selten der Fall. Wir müssen ihn aber nennen. Und dann haben wir noch natürlich etablierte Jungs hier. Pavlovich hat schon seinen Durchbruch geschafft. 20 Jahre alt. Widowitsch und Ibrahimovitsch. Die will ich ja auch nennen. Sind beide 18, offensives Mittelfeld. Ja, und die Leihgeschäfte hatte ich schon angesprochen hier. Mit Sieb, Krätzig und Wanner hat man coole Line auf jeden Fall innerhalb des Bundesliga-Hauses getätigt. Und auch ein Fukui, der geht nach Portugal. Da hat man auch eine spannende Leier. Und das sind richtig coole Jungs und die können sich jetzt richtig cool entwickeln in der Bundesliga und auch in Portugal. Deswegen, finde ich, hat man hier auf jeden Fall einen ganz guten Schachzug gemacht. Ja, unter der neuen Führungsetage sollte jetzt eigentlich Ruhe einkehren. Und deswegen ist es so merkwürdig, dass der Tadil einfach nicht geclosed wurde. Zieht sich wie ein Kaugummi, kann man sagen. Und was wir auf jeden Fall brauchen beim FC Bayern, das ist Eingespieltheit. Das ist gleich auch ein wichtiger Punkt. Und wer dafür verantwortlich ist, das ist dieser Mann hier. Let's say go. Teil 3 Trainer und Vorbereitung Wir kommen zum Trainer und das ist Vincent Kompany. Und da haben wir unseren Bayern-Insider Andi aus der Fantasy-Gold-Gruppe mal eingeschaltet und dazu geholt. Und ja, mit dem mal diskutiert, wie er denn den neuen Trainer so sieht. Und der hat uns erstmal die unglückliche Trainersuche quittiert. Beim FC Bayern Alonso und auch Rangnick, die standen wohl vor ihm und das wirft schon so ein leichtes Störgeräusch in die Bayern-Trainerstation. Resumiert uns das aber als mutige Entscheidung und vielleicht auch aus der Not herausgeboren. Aber die Spielidee könnte hier ganz gut passen und die schauen wir uns gleich mal an. Er ist ein Multi-Sprachtalent, Vincent Kompany, spricht Englisch, Deutsch, Französisch, fließend, verfügt über ein NBA und wird respektiert aufgrund seiner starken Saison. Gerade die Aufstiegssaison mit Burnley wird oft genannt und dort war sein Konzept weniger wert auf einzelne Spieler und passende Profile für den Fußball finden. Das war so seine Parole. Und was hat er beim FC Bayern? Da hat er beides. Er hat die Einzelspieler und er hat vielleicht auch schon die Profile für seinen Fußball, die passen. Fragezeichen, Ausführungszeichen. Hier braucht es auf jeden Fall eine klare Linie und die fährt er schon mal in den Interviews und in den ersten PKs. Er weiß die Chance zu schätzen, wirkt ganz cool, ganz smart, so laid back und auch so bei tricky journalistischen Fragen, da merkt man einfach, ja, das ist ein smarter Typ und der hat auch maximal Bock auf die neue Herausforderung. Und klare Linie ist wichtig, haben wir menschlich gerade gesagt, aber auch klare Rollen für die Spieler auf dem Spielfeld. Der erste Schachzug, den er gemacht hat, er hat erstmal Kimmich von seiner Rechtsverteigerposition beim FC Bayern, die er in der Rückrunde ja eigentlich nur noch gezockt hat, hat er erstmal auf die 6-8 wieder zurückpositioniert. Das war schon so ein erster wichtiger Schachzug seit Amtsantritt. Und dann klare Rollen auch, wer ist Stammspieler und wer ist auch Ersatz? Gerade bei den wichtigen Positionen habe ich das auch als Schwäche nämlich ausgemacht, denn das war auch Mitgrund für die vielen Gegentore und die Fehler vor den Gegentoren. Wie kam das zustande? Also einmal hast du hier die Abstimmung, der IVs, die wir auch schon benannt hatten, dann hast du aber auch das fehlende Bindeglied zwischen Mittelfeldkette und Abwehrkette, auch da waren immer Löcher und dann noch ein Level tiefer. Was fehlt da? Eingespieltheit, natürlich. Deswegen ist die Holding Six mit Palinja vielleicht einer der wichtigsten Transfers der Bayern. Er verleiht dem Zentrum nämlich Stabilität und Mentalität und die hat dem FC Bayern letzte Saison gefehlt. Ich nenne das mal hier das Zentrumschaos, denn gerade auf der Sechser- und Achterposition haben an den letzten sieben Spielen der Bundesligasaison waren es sieben unterschiedliche Formationen, sieben unterschiedliche Spielpartner. Wie willst du dich da einspielen? Das gleiche eigentlich auch bei den IV-Duos. Auch da waren es bei den letzten acht Bundesligaspielen acht verschiedene Paarungen in der IV und sogar am letzten Spieltag packt Tuchel noch die Dreierkette aus, die er davor irgendwie auch nicht richtig eingeübt hatte. Das wirkte schon alles sehr, sehr wild und da fehlt dann halt einfach so ein eingespielter Mechanismus und der ist halt super wichtig beim deutschen Rekordmeister. Hier kam Andi dann auch nochmal zu mir, gerade bei der Verteidigung und er sagte, Weltklasse Verteidiger Company ist doch auch ein Mentor dann für die Bayern-Abwehr und das sehe ich nämlich genauso. Er könnte nochmal die 1-2% bei Upamecano bei Kim und auch beim Ito nochmal rauskitzeln und die eventuell auch nochmal ein Stückchen besser machen. Also neue Identität unter Company ist zu erwarten mit spielerischen Elementen und die schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Er hat nämlich bei Burnley mit viel Ballbesitz gespielt. Ballbesitz das ist nämlich auch ein das haben wir schon im Rückblick gesehen das ist hier auch ein Keystead der Bayern die wollen ganz viel Ballbesitz haben da habe ich aber auch noch geschrieben Much Moore denn er hat auch noch das schnelle Kurzpassspiel was er mitbringt hohe Schnittstellen Pässe da hat er auch den perfekten Mann jetzt mit Oldes dabei und ein hohes Schussvolumen die Bayern sind da auch sehr viel am schießen auch da Top-Werte der Liga das passt alles sehr sehr gut und wir hatten auch noch einen Wert und das war der PPDA Wert und er hatte einen Monster Stat in der Aufstiegssaison bei Burnley das waren 7,9 hatte er da als PPDA Wert Pass per Defensive Action die meisten Bundesligateams liegen bei 12 FC Bayern bei 11,4 wenn er das diesen Wert auch noch hoch schraubt beziehungsweise niedriger schraubt dass die Gegner weniger Pässe im Spielaufbau spielen können und man dann noch früher rauf geht auf den Gegenspieler das könnte richtig richtig krass werden und hier könnte man den ein oder anderen Gegner richtig krass zerstören zudem hat er noch eine hohe Effizienz mit dabei gehabt viele Touches im 16er da hat er auch die richtigen Spieler mit dabei und das sind alles so Qualitäten die er aus Burnley mitbringt und die individuelle Qualität ist bei den Bayern ja noch viel viel höher deswegen wird das hier ganz ganz spannend zu sehen sein ja wie er das macht er kommt auf jeden Fall aus der Pep Schule von dem hat er gelernt ein besonderes kontrolliertes Positionsspiel das sich immer rotiert mit Positionsrotation das ist ganz spannend bis man eine Gleichzahl oder eine Überzahl hat und da haben die Bayern auch die perfekten Eins gegen Eins Spieler also auch das könnte sich richtig richtig krass auszahlen dann wenn der Gegner sich hinten rein stellt dann hat er da auch ein Reaktionsspiel auf die Bühne gezaubert auch das könnte eine Taktik sein die die Bayern auch immer mal gespielt haben auch unter Tuchel und unter Nagelsmann dass die AVs sehen wir ja auch in Leverkusen Ausverteidiger schieben dann rein ins Zentrum und haben dann auch mehr Spielanteile da habe ich gerade Stani Sitsch Davis respektive Guerreiro auch im Blick die könnten dann da auch mehr fungieren hat Kimmich zum Beispiel unter Tuchel und Nagelsmann gespielt und Davis auch unter Nagelsmann als letzten Punkt habe ich noch Kumpeltyp mit Autorität also wie ich ein richtiger Kumpeltyp ja und gerade fürs Teambuilding gerade diese weichen Faktoren Hansi Flick war ja auch so eine Art und das hat richtig gut funktioniert beim FC Bayern und das könnte halt auch richtig gut wirken wir hatten den Quervergleich auch schon mit Hürzeler beim FC St. Pauli und auch Schuster der Schussi liebevoll genannt wird in Freiburg das sind alles so das sind alles so kleine Noten und die passen richtig gut und dann fühlt sich vielleicht der Spieler wohl kann der Spieler sich noch mehr entfalten das sind alles so kleine Faktoren die wir auf jeden Fall beobachten und das ist richtig stark kurzer Testspiel Check noch von mir die Jungs hier ziehen direkt mit das ist Serge Gnabry genauso wie Joshua Kimmich auf seiner angestammten Position im 6er 8er Raum Serge Gnabry nach Verletzung ist er wieder fit aktiv Posten auf jeden Fall auf seiner Seite ist auch in der Vorbereitung gewesen hat sich wieder in diese Startelf Position gebracht und auf jeden Fall mehr als die anderen und der ist heiß der will bleiben der hat noch einen Vertrag bis 2026 und der will jetzt einfach eine gute Saison hinlegen Verlierer müssen wir auch nennen Leon Goretzka Leimer und Daya und ja die Frage die wir uns jetzt stellen lassen sich die etablierten Spieler auf die Spielidee von Kompany ein in den letzten Jahren kamen ganz viele Trainer zum FC Bayern insgesamt hat man hier 95 Millionen aus der Geldschatulle rausgebuttert und Kompany ist jetzt der neue Mann und er soll es jetzt richten und womit er es richtet das schauen wir uns mal an in der Top 11 Teil 4 Top 11 Ok let's go und da sehe ich erstmal Manuel Neuer im Tor Manuel ist natürlich gesetzt 100% dann haben wir Stanisic über rechts rechter Verteidiger 80% sehen wir ihn vorne in der Top 11 Boi macht Druck mit 20% ist jetzt erstmal eh raus und muss sich eh zurückkämpfen Upa Meccano 70% Ta wäre gesetzt wenn er kommt Minjay 80% wir sehen Minjay dann über Upa auf jeden Fall jetzt da im Ranking sehen die aber beide jetzt erstmal safe in der VA auch gerade für das erste Spiel Davis wird wohl bleiben also entsprechend der Gerüchte die man hört 70% hier sehen wir in der Top 11 Guerreiro hat jetzt aber ein bisschen Vorsprung hat die komplette Vorbereitung gespielt Davis war da auch noch mit dem Sprung gelenkt noch hat er da zu schaffen kämpft sich jetzt aber leise ran Guerreiro ist jetzt aber für die ersten Spiele erstmal in Play und wird da auch starten aber wir sehen langfristig perspektivisch Davis da auf der 1 wenn ihr den irgendwie habt den Guerreiro ein cleverer Schachzug von euch irgendwie bei Manager spielen wenn ihr seht dass Davis langsam wieder ran rückt dann würde ich den auf jeden Fall swappen oder verkaufen das ist generell auf jeden Fall hier ein großer Kampf also auch Guerreiro könnte sich durchsetzen aber wir sehen jetzt erstmal Davis auch dann im Hinblick auf wenn er dann noch verkauft werden soll dann sollte man ihm auf jeden Fall nochmal Spielpraxis geben ansonsten ja würde das wahrscheinlich auch im Marktwert vielleicht dann auch runtergehen wenn man den auch nicht mehr einsetzt Asnu dürfen wir hier nicht vergessen auch er wäre noch eine Option aber erstmal eher unter ferner liefen alternativer Gedanke ist noch von uns also Upa und Kim wenn die mal wackeln sollten auch Ito wäre dann der Mann den sehen wir hier mit 40% auch er könnte als Linksverteidiger reinkommen und selbst Stani Sitsch hat in der Vorbereitung auch schon IV gespielt linker IV zum Beispiel auch kann aber auch rechts IV spielen ja das wird ein 3- bis 4-Kampf hier Upa und Kim müssten hier wirklich überzeugen ansonsten sind die auch schneller raus als denen recht ist gerade mit Ito haben sie jetzt aber natürlich auch ein bisschen Luft daher sehen wir auch irgendwie gerade gar nicht eng dran von daher ja Ito und Stani Sitsch sind hier die ersten Optionen Joshua Kimmich 100% auch ein Palinja sollte gesetzt sein in der Top 11 auch hier sehen wir 100% VA sehen wir gerade Pavlovich vorne gute Vorbereitung gespielt hat doch das erste Pflichtspiel im Pokal bekommen generell auch in der Generalprobe ist er da gestartet ja aber der muss sich hinten anstellen Palinja ist der Mann und Kimmich sowieso deswegen er muss da echt auf einen Ausfall hoffen oder auf eine Rotation mit Champions League Dreifachbelastung das sind irgendwie da seine Karten gerade dann haben wir Michael Ollis auf rechts 90 bis 100% sehen wir ihn Musiala Jamal Geilem gezockt der Brudi 100% in der Mitte und dann haben wir Sané hat mit dem Charme ein bisschen zu kämpfen gehabt der könnte gerade am Anfang jetzt nochmal erstmal raus sein auch aufgrund des Trainings- und Vorbereitungsrückstandes Gnabry könnte hier reinrücken wir haben jetzt gerade aber auch Coman drin für die VA interessant aber auch Mathis Tell also du hast hier richtig richtig coole Optionen gerade für den Start wir rechnen auf jeden Fall erstmal mit Gnabry auch über rechts für Ollis weil der jetzt auch erst gerade beim Team gekommen ist von der Olympia von seinem Olympiasilber deswegen könnte auch Gnabry zum Start starten und dann über links haben wir jetzt gerade Coman drin in der VA könnte auch gut sein dass hier Kompanie mit dem jungen Tell setzt Sané muss generell kämpfen gerade also in Topform sehen wir den vorne auch gerade weil Ollis auf seiner rechten angestammten Position gesetzt sein sollte würde dann Sané auf links rücken und Gnabry und Tell sind dann die Herausforderer die stehen aber auch schon in den Startlöchern und machen den Kampf auf jeden Fall heiß und dann haben wir vorne ich nenne ihn einfach nochmal so er ist einfach No Title Boy Harry Kane er ist natürlich 100% gesetzt alle die ihn in Kick Base Manager Spiel alle Spiele haben viel Spaß und auf eine schöne Torjagd Torjäger Harry Kane vorne 100% wir haben die Standardschützen und da checkt auch nochmal gerne unseren Newsartikel den packe ich euch nochmal in die Shownotes da haben wir nämlich alle Standardschützen drin von unserer Liga Insider Website schaut da gerne mal rein da haben wir euch das auch nochmal aufgeführt da habt ihr den Überblick über alles wir gucken uns jetzt aber nochmal hier Bayern spezifisch einmal kurz reingelookt da haben wir Kimmich der schießt die Ecken und der schießt auch die Freistoßflanken Obacht hier den direkten Freistoß nimmt auch gerne mal Harry Kane und zieht den in die Maschen und dann haben wir den Elfmeter das ist natürlich auch englische Formsache Harry Kane und damit ins Auftaktprogramm Regie Abfahrt Teil 5 Auftaktprogramm Ich bekomme hier gerade von der Regie rein das Spiel 5 soll wohl sehr schwierig werden dann schauen wir uns doch mal nach und nach die Spiele mal an also wir haben Wolfsburg spielt man auswärts gewinnt man dann haben wir SC Freiburg der Schuster bleibt bei seinen Leisten ja ja haben wir auch schon gehabt die haben richtig geiles Team richtig junges Team Bayern zieht es zu Hause in Kiel da wurde man schon mal im Pokal überrascht hier bleiben die Bayern cool 9 Punkte da schon mal perfekter Start dann in Bremen naja Bremen hat letzte Saison aus der Allianz Arena Mitchell Weiser 3 Punkte entführt die Bayern bleiben hier cool auch hier 3 Punkte und dann das Spiel make it es ist ein make or break point für Vincent Kompany ich sag mal so hier entscheidet sich vielleicht die Saison Spiel 5 gegen Leverkusen bekommt man noch einen Tar bekommt man den nicht schwächt man vielleicht sogar da mit Leverkusen schwächt man sich selber weil man gar nicht eingespielt ist mit Tar das wird so ein brisantes geiles Spiel da können wir wirklich hier schon das Popcorn irgendwie schon rausholen komm ich hole das Popcorn einmal kurz so ich hab das Popcorn hab ich jetzt geholt komm ich brauche es aber auch eigentlich nicht ich freue mich mega krass aufs Spiel wird hammergeil das Spiel kann wirklich über alles entscheiden ich bin gespannt auf die IV da wen Bayern auf IV da zaubert und ja generell wie viele Tore da fallen ich kann mir da alles vorstellen da brennt wirklich die Scheune ein Vorteil ist dass Bayern zu Hause spielt und Bayern ist zu Hause sehr sehr stark und die werden da die ganze Allianz Arena wird da schreien bis zur 97 und die werden da auf dem Platz alles lassen deswegen das ist für mich jetzt schon das Spiel der Saison und damit gehen wir weiter Fazit und Prognose let's go Teil 6 Fazit und Prognose so also was mir erstmal Mut macht das ist der klare Stiefel von Vincent Company der will hier feste Spieler auf festen Positionen etablieren und der will hier eine konstante Konstellation haben das könnte wirklich perfekt passen gerade auch die Unruhe gerade im Hinblick auf die letzte Saison wo man dann so viel rotiert hat deswegen Eingespieltheit und die zurückgewonnene Bayern Dominanz kann ich mir hier sehr gut als Punkt 1 vorstellen als Mutmacher dann haben wir den Stabilisator den seht ihr hier eingeblendet auf der rechten Seite das ist Palinja der wird viel Drecksarbeit übernehmen und der wird den Bayernladen auch wieder stabilisieren und dann haben wir den Ballbesitz Fit mit Vincent Company das passt perfekt der bringt viele Variablen mit aus Burnley die passen perfekt auf dieses Bayern Spiel auch gerade im Hinblick auf PPDA ich kann mir das sehr gut vorstellen dass man hier wirklich vielleicht aus der Not geboren einen perfekten Trainer installiert und das könnte auch eine richtige Erfolgsgeschichte werden mit Company cooler Typ gefällt mir schon sehr sehr gut hier gerade am Anfang wir haben die Probleme auch genannt im Rückblick Fehler vor Gegentor hier hat man auf jeden Fall jetzt ein zwei Schrauben installiert wenn man die jetzt noch richtig fein justiert kann das richtig gut werden wir haben Vincent Company der hat natürlich auch noch nicht auf dieser Bühne gespielt oder gecoacht also das ist für den natürlich auch Neuland ist es vielleicht zu viel für ihn sind da vielleicht einfach Charaktere die sich da vielleicht auch über den Trainer stellen wollen das wissen wir nicht wir können noch nicht in die Kabine gucken vielleicht gibt es noch einen Behind the Scenes von Amazon Prime bin ich ganz gespannt letzter Punkt ist Druck 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 du hast natürlich Druck beim FC Bayern auch da wieder Punkt 2 hält Company dem Stand halten die Spieler dem Stand gibt es vielleicht auch Unruhen wenn vielleicht aus Spiel 5 vielleicht auch verloren geht das bleibt ganz spannend auf jeden Fall bin ich heiß und wir gehen mal in meinen Club Rating und da habe ich so Top 11 gebe ich 5 Spieler also muss ich geben das ist einfach eine Weltklasse Mannschaft da kann es auch richtig weit gehen in der Champions League bin ich gespannt Trainer gebe ich 4 weil ich noch nicht weiß wie der mit einem Top Club fungiert und auch gerade dieses Durchsetzungsvermögen das müssen wir jetzt einfach sehen wie es auf den Platz gebracht wird Kader ist eine 5 Sterne IV Position ist vielleicht minimal Wackeldackel aber auch hier wenn du den Tar noch installierst dann ist es vielleicht da muss ich vielleicht sogar einen 6. Stern noch irgendwo rausholen aus dem Stern des Südens und den Verein da muss ich einen Geduldspunkt abziehen weil dadurch wirklich eine hohe Fluktuation ist da werden die Trainer gerade einfach so durch die Manege gejagt ich hoffe sie haben hier ein bisschen Geduld mitgebracht für Winston Company auch wenn er jetzt im ersten Jahr nicht den Titel direkt holt ich gebe hier 4 Punkte wir kommen gesamt raus mit 4,5 Sternen und der Stern des Südens er fliegt für mich es wird ein offener Titelkampf das sage ich an der Stelle auch und die Bayern können wirklich auch bis zum letzten Spieltag für mich mitspielen auf die 1 ich sage aber sie scheitern am letzten Spieltag wie auch in der letzten Saison an Hoffenheim auswärts Platz 2 ich hatte die Analyse eigentlich schon fertig und dann ruft mich hier mein Chefredakteur Bennett an und Josip Stanisic Außenbandriss im Knie also da erstmal von mir hier alle Genesungswünsche aus der ganzen Redaktion von Liganzider an die Säbener Straße wird schnell wieder fit der muss sich operieren lassen wird schnell fit Josip und ja das wirft jetzt ein bisschen natürlich die Bayern Stabilität in der Abwehr noch mehr durcheinander die wir eigentlich auch schon hatten Stanisic ist natürlich weiter in der Top 11 aber ist natürlich jetzt erstmal raus Bowie könnte jetzt reinrücken und ich setze Bayern jetzt auch nur noch aufgrund dieser Instabilität stelle ich sie auf die 3 mein Game Changer das ist Joshua Kimmich und der gefällt mir wieder in seiner neuen Rolle wird er komplett wieder aufgehen er ist für mich der Leader der Bayern der sich reinwerft er ist der Chef auch am ruhenden Ball das hilft ihm auch bei den Vorbereitungen er ist nämlich die 7 bei den Torschussvorlagen das ist richtig stark er ist ein Defensiv Spezialist er hat super Zweikämpfe er ist die 9 im Tackling und auch letztes Jahr hat er starke Balleroberung wieder gezeigt da hat er ja ebenfalls Topwerte der Liga und ja er hat diese Mia San Mia DNA er ist seit 2015 an der Säbener Straße der wurde auch immer mal jetzt mit Gerüchten in Verbindung gebracht da Hansi Flick Barca und PSG hat das aber denied und da arbeitet man auch gerade an der Vertragsverlängerung ja hat nämlich nur noch Vertrag bis 2025 wird ganz spannend was er macht und er hatte letztes Jahr bei Kickbase war er knapp unter die 4000er Marke geparkt mit seinen Kickbase Punkten und gerade die Manager die geduldig waren die an denen immer vertraut haben und glauben die jetzt auch während der Wechselgerüchte Phase den früh eingepackt haben kann ich nur sagen herzlichen Glückwunsch gib mir mal hier die Hand sehr gut und der wird wieder auf seine 5000 Punkte Kickbase hochfahren und wir fahren auch hoch in die Shownotes schaut da mal rein da hat die Redaktion wieder einen zum Besten gegeben wir haben das Leben des Brian wieder als mit Edelpick Community Pick er ist auch wieder am Stills und schaut mal rein paar spannende Eisen auf jeden Fall Manager Insider Picks in den Shownotes ja also was soll ich sagen also ich bin kein Bayern Fan aber ich bin selber gehypt auf Bayern nächstes Jahr ich finde das mit dem Trainer total spannend das Projekt ich finde Michael Olles ich habe mir gestern Michael Olles den ganzen Tag angeguckt der Typ ist komplett also wenn du irre quasi mit Featuring verrückt wenn du das wenn du das vereinst und dann das aufs Fußballfeld transportierst das irgendwie da hinsetzt dann hast du Michael Olles der bringt alles mit und ich bin super hyped auf diesen Spieler wenn der da reinkommt und wenn der die ersten Dinger da in den Giebel zimmert also ich bin hyped auf Bayern obwohl ich kein Bayern Fan bin das sagt viel aus und ich wünsche euch schon mal einen schönen Tag wir hatten geile Teamcheck schon mit RB Leipzig checkt das mal ab und ich packe euch hier auch nochmal rein unseren Leipzig Check hatten wir gerade gesagt Frankfurt Check auch den hatten wir da haben wir auch schon 18.000 Views gehabt also die Frankfurt Fans die kochen schon und ich würde mal sagen 069 ich bin raus auf jeden Fall wir sehen uns morgen BVB habe ich da im Schlepptau und deswegen schönen Tag an euch Check an der Säbener alles fokussiert rot und weiß in jedem Herz markiert Trainer Spieler ein Ziel formiert wenn wir kommen lasst sie alle schauen FCB wir lassen Herzen und dann bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.